In Psalm 19, Vers 8, schreibt David, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht die einfältigen Weise, die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz, das Gebot des Herrn ist lauter, es macht die Augen hell, die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht in Ewigkeit, die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt, sie, die begehrenswerter sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Das ist sozusagen Psalm 119 in Kurzform, deswegen ist es auch nur Psalm 19. David ist begeistert vom Wort Gottes, von seinen Ordnungen, von seiner Weisung, von, ja er benimmt hier ganz viele verschiedene Begriffe auch dafür, von dem, wie der Geist Gottes uns Menschen führt und leitet. Ein paar Psalme weiter sagt er, der Herr ist mein Hirte und die Art und Weise, wie er uns leitet, wie er unser Hirte ist, ist durch seine Unterweisung. Und David ist so begeistert davon, dass es, das erfüllt ihn, so mit Freude und er spricht davon, dass das Wort Gottes begehrenswert ist. Wenn wir das Wort begehrenswert hören, dann haben wir so unsere Vorstellungen dabei. Für David ist es das Wort Gottes, für David ist es Gottes, ja Gottes Weg mit ihm, Gottes Leitung, Gottes Führung, Gottes Lehre, Gottes Unterweisung und er sagt begehrenswert und heute geht es um das Begehren. Was ist eigentlich das Begehren? Es ist etwas, ein Trieb in uns, etwas, was uns antreibt. Es ist nämlich diese Kraft, diese Triebkraft, die uns treibt zu etwas hin, was wir vermissen. Ein Mangel, den wir spüren. Einen Wunsch, den wir haben. Etwas, was noch nicht ganz unser ist. Was wir uns aber zu eigen machen wollen. Und das sagt David über das Wort Gottes und deswegen sitzen wir hier. Ich fand das so wunderbar, gestern Abend hatten wir einen kleinen Hauskreis, den haben wir neu gegründet, von drei Pakistanern aus unserer Gemeinde. Und wir sprechen da hauptsächlich Urdu, also ich natürlich nicht, aber Peter ist auch dabei, der spricht auch kein Urdu. Joseph, der übersetzt uns dann. Und ja, wir haben uns das zweite Mal getroffen. Nee, das war eigentlich das zweite Mal. Und wir haben in Gottes Wort gelesen und mich hat das einfach begeistert. Ich war hinterher voll ermutigt, einfach, weil Gott uns alle miteinander Freude am Wort Gottes gegeben hat. An dem, was Gottes Wort uns lehrt, uns offenbart, wie Jesus sich offenbart, wie Gott sich uns offenbart. Seine Liebe, seine Gnade, seine Verheißungen. Ja, und auch das, was wir hier lesen, mittwochs, die zehn Worte. Also mich begeistert das auch. Die zehn Worte nochmal in der Tiefe zu studieren und darüber nachzudenken und den ganzen Zusammenhang des Bundes Gottes. Und genau das, was wir gesungen haben, du hast mich zuerst geliebt. Darum geht es eigentlich in den zehn Worten. Ich will dich lieben, weil du mich zuerst geliebt hast. Und das ist im Grunde sogar zulässig, es so zu übersetzen. Ich habe das auch schon mal gesagt. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland herausgeführt habe, aus dem Sklavenhaus. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Diese Liebe, die wird dich dazu bringen, mich zu lieben von ganzem Herzen. Diese Erlösung, die wird dich so begeistern. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und durch diese Liebe, und das ist das Evangelium, das ist auch die Botschaft des neuen Bundes, wo Jeremia sagt, das ist der neue Bund, dass ich ihnen das Gesetz in ihre Herzen schreibe. Es ist nicht etwas äußerlich Gelerntes, sondern es ist etwas inwendig Aufgenommenes im Herzen. Gott sagt, ich möchte euer Herz. Und das ist das, warum diese zehn Worte mit diesem letzten Worte abschließen, mit dem Begehren. Denn das ist das, was im Herzen stattfindet. Das Begehren, dieser Trieb, etwas zu empfangen, etwas zu haben, etwas. Und er sagt am Anfang, die, die mich lieben, keine anderen Götter neben mir, weil ich bin, Jahwe, dein Gott. Das ist das Ziel deines Begehrens. So haben wir gestern auch gelesen, dass Jesus gesagt hat, ich gehe jetzt und ich gehe zum Vater, ich gehe im Haus meines Vaters, sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und dann komme ich wieder und hole euch und bringe euch in diese Wohnung, in dieses Haus, in diese Wohnung hinein, damit ihr da seid, wo auch ich bin. Und der Fokus, das Ziel ist nicht dieses Haus, dass das jetzt so wunderbar ist und dass das jetzt so toll eingerichtet ist. Nein, der Fokus ist es, ihr werdet mit mir zusammen sein. Es ist das Haus des Vaters. Wir werden Gemeinschaft haben in Ewigkeit und diese Gemeinschaft miteinander genießen. Und dann sagt der Bruder, ja, ich kenne das aus dem Islam, da wird immer gesagt Paradies und da gibt es auch ganz tolle Häuser. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Aber, wisst ihr, das, was Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus, ist die Gemeinschaft mit ihm selber. Die Liebesgemeinschaft. Und das ist es. Ich glaube schon, das ist, wisst ihr, versteht mich nicht falsch, Es geht nicht um Gefühl. Aber es geht um Begeisterung. Wie David hier sagt, wie er schwelgt darin, in dem Wort Gottes, was es für ihn bedeutet. Wisst ihr, und klar, zur Liebe gehört auch die Treue in schlechten Tagen, in den dürren Tagen. Und die Treue, die wird durch den Geist Gottes etwas, was uns reich macht am Ende. Und manchmal haben wir diese Dürre auch, diese dürren Zeiten. Aber dann sollte unser Herz eigentlich anfangen, danach zu gieren, begierig zu sein nach der Milch. Wie die Babys nach der Milch begieren, nach dem unverfälschten Wort Gottes begierig zu sein, so sagt Petrus das. Unser Begehren, wir sollten unser Begehren ausrichten auf den einen Gott und auf die Gemeinschaft mit ihm. Und vollkommen werden wir das in dieser Welt nie erlangen. Deswegen ist unser Begehren immer auch auf die Zukunft gerichtet. Ist unser Begehren, unser geistliches Begehren immer verbunden mit dem Gebet. Herr, komme bald! Und wir sollten uns da gegenseitig anreizen zur Liebe und zu guten Werken, Geschwister. Und das heißt, dass wir uns gegenseitig das zurufen, Maranatha, der Herr kommt bald. Lass uns darauf ausgerichtet sein. Lass uns diese Sehnsucht haben nach der Erfüllung des Reiches Gottes. Lass uns nicht zufrieden sein mit dem Zustand, in dem wir jetzt sind. Lass uns auch nicht einfach nur unser Begehren darauf ausrichten, darauf, dass die Corona-Zeit endlich zu Ende ist. Das wäre echt umsonst, dass wir diese Zeit der Entbehrung durchgemacht haben und nur darauf hoffen, dass wir wieder so weitermachen können wie vorher. Es geht Gott um unser Herz. Und deswegen zeigt Jesus, wir haben das ja auch an mehreren Stellen schon gelesen, bei den anderen Worten. Denn dieses Wort, du sollst nicht begehren, deines nächsten Haus, deines nächsten Frau und so weiter und so weiter, das steht in Relation zu den anderen Worten. Diese Worte sind untereinander, total miteinander verwoben. Die hängen eng miteinander zusammen. Angefangen eben davon, dass unser Begehren ausgerichtet sein soll auf das Richtige, auf das Wahre, das Gute, das Schöne, auf Gott selbst vor allen Dingen und zuallererst. Aber auch dann auf die Dinge, die Gott uns schenkt, reichlich schenkt zum Genuss. Lass uns da mal aufschlagen. Erste Mose 2. Und da steht, Erste Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also, hier sehen wir Gott, wie er einen Garten anpflanzt, für sein Kind, für den Menschen, für Adam. Und er lässt diese Bäume wachsen. Und wisst ihr was? Sie sind begehrenswert. Warum? Sie strahlen das aus. An mir kannst du dich satt essen. Diese Früchte, sie strahlen das aus. Iss mich, ich schmecke gut. Sie verströmen diesen Duft, der Adam anzieht, der in ihm dieses Begehren wachruft. Ich möchte dich pflücken und essen. Und das ist gut. Das hat Gott so geschaffen. Er hat Wunderbares, Schönes geschaffen in dieser Welt, damit wir uns daran laben, dass wir es genießen. Er hat es uns zu eigen gegeben. Er hat gesagt, du darfst. Das hat er gesagt in Vers 17, sagt er, nee, Vers 16 ist das. Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Ich habe diese Bäume, die Frucht dieser Bäume begehrenswert geschaffen. Sie haben eine Anziehungskraft auf dich. Und das ist gut so. Es ist sogar sehr gut. Greif zu. Lass dich von diesem Begehren leiten. Das ist ein guter Trieb, in dir diese Frucht zu nehmen und zu essen. Interessanterweise sagt er, in Vers 9, er schuf oder ließ allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, Komma, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, Komma, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich glaube, dass Gott nicht böse ist, so wie der Satan es darstellt. Ich glaube, dass der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht diese Anziehungskraft auf Adam hatte und auf Eva. Er war nicht begehrenswert. Warum war er nicht begehrenswert? Gott hatte darüber gesagt, du sollst davon nicht essen. Und deswegen fehlte jegliches Begehren, von diesem Baum zu essen. Diese Früchte haben ihn nicht angezogen. Haben sie nicht angezogen. Die anderen Bäume, sie waren begehrenswert. Und Gott hat dieses Begehren sogar noch angefacht, indem er gesagt hat, du darfst essen. Lang zu, Junge. Wisst ihr, aber das, was dann passiert ist, Kapitel 3, wir springen, hat alles verändert. Und deswegen ist unser Begehren so verdorben. Ihr kennt die Geschichte, die Schlange kommt und sie erzählt ihre Lügen auf ihre Art und Weise und verdreht alles und versucht Gott als Miesmacher darzustellen und versucht genau das zu bewirken, nämlich das Begehren für das Gute abzumildern, abzuschwächen und dagegen das begehrenswert zu machen, wo Gott sagt, nein, das ist nicht das Begehrenswerte. Das ist das, was dir den Tod bringt. Den Trieb abzuziehen von dem Guten, von der reichen Fülle, die Gott gegeben hat, zu dem hin, wo Gott gesagt hat, nein, das ist die Grenze. Das sollst du nicht. Und das ist das Werk des Teufels. Er schürt die falsche Begierde nach etwas, was Adam und Eva nicht zusteht, was ihnen Gott nicht gegeben hat. Das wollen sie haben. Und das sieht man dann hier in Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Plötzlich ist er begehrenswert geworden. Und sie nimmt und isst und gibt auch ihrem Mann und er aß. Und damit hat sich alles verändert. Der Mensch ist unter die Herrschaft der Sünde geraten. Und die Herrschaft der Sünde besteht darin, dass sie alle möglichen falschen Begierden in uns schürt. Diesen Trieb, der von Gott ursprünglich gut gemacht ist, dieser Antrieb in uns, etwas zu empfangen, was Gott uns gibt, etwas zu genießen, etwas sich zu eigen zu machen, was Gott uns schenkt. Dieser Trieb wird vom Teufel verdreht, auf Dinge gerichtet, die Gott uns nicht geben möchte. Die nicht für uns sind, die uns verderben bringen, die uns den Tod bringen. Und das ist es. Wisst ihr, die zehn Worte sind an Israel gerichtet, ein Volk, das genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen auch. Und Gottes Botschaft an sie ist, ich habe euch aus der Sklaverei heraus gerettet. Ich habe euch, und letzten Endes ist es ein Bild, ein Vorläufer, ein prophetisches Bild für das, was Gott durch Jesus tun wollte, für alle Menschen. Ich habe euch aus der Sklaverei der Sünde heraus gerettet. Ich bin dein Gott. Ich bin der, der dich füllt, der dir alles Gute gibt. Ich bin der Ursprung allen Segens. Aus mir empfängst du alles Gute, allen Segen. Jetzt bist du nicht mehr einer von diesen anderen Menschen, die Spielball dieser finsteren Mächte sind, die alle möglichen Begierden in dir anreizen, die dich ins Verderben führen, die dich auf Abwege bringen, die dich dazu bringen, nach Dingen hinterher zu jagen, die die Sehnsucht deines Herzens nicht stillen können. Das ist die Begierde. Die Begierde nach Dingen, die nicht gut sind. Und insofern hängen diese Gebote dann zusammen. Wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann ist es dieses Begehren in uns, wo der Teufel uns verdreht und sagt, ja, Gott kann dir das nicht geben, was du eigentlich brauchst. Du musst woanders suchen, du findest es woanders. Du findest es in Spiritualität. Du findest es in Meditation. Geh zu den Weisen des Ostens. Das war eine riesengroße Bewegung, ist schon lange am Vorköcheln, so richtig durchgebrochen dann in den 60er Jahren, wo die ganze Jugend aufgebrochen ist nach Indien. Und wo diese ganzen indischen Gurus dann auch einen riesen Einfluss auf die westliche Kultur gewonnen haben und sich richtig breit gemacht haben. Warum? Weil sie dabei ordentlich Kasse machen konnten. Und gleichzeitig ist es ein Werk der Finsternis. Letztendlich haben die Menschen sich abgewandt von toter Religion. Ja, der Geist war vielfach nicht mehr zu finden in der Kirche. Die Liebe zu Gott, die Leidenschaft, die Passion, die Liebesbeziehung zu Gott. Nein, erkaltete, starre Religion. Ja, der muss sich woanders suchen. Das Begehren auf das Falsche gerichtet, auf die falschen Götter. Und so weiter. Du kannst durch die ganzen zehn Worte gehen. Mehr oder weniger stark findest du das überall. Dann das Begehren nach des anderen Frau. Es wird ja direkt auch ausgeschaut. Du sollst nicht die Ehe brechen. Aber Jesus hat es ja auch gesagt. Er erklärt das Wort Ehebruch vom zehnten Wort her. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Es fängt eben nicht damit an, dass du tätig wirst, sondern es fängt in deinem Herzen an, in deinen Blicken, in deinen Gedanken, in dem Trieb, der wach wird, der auf das Falsche gerichtet ist. Und das zehnte Wort zeigt uns deutlich, das ist schon Sünde. Die Sünde beginnt im Grunde nicht damit, dass die Frucht nehmen und essen, sondern dieser Begierde Raum zu geben, sich unter die Leitung und Führung dieser falschen Begierde zu stellen. Denn das ist es. Begierde ist, wie gesagt, eine Kraft, ein Trieb. Es ist ein Strom. Wenn du irgendwie, was weiß ich, wenn es draußen stürmt und der Wind weht, du bist am Meer. Ich kann mich erinnern, ich bin so gerne am Meer. Und wenn dann der Wind weht an der Nordsee und du bist unterwegs und der Wind weht dir so richtig ins Gesicht und du musst dich fast gegen den Wind so gegenlehnen, um dagegen anzukommen. Aber wie cool ist es, sich vom Wind tragen zu lassen, mit dem Wind zu gehen. Dann legst du dich so richtig in den Wind rein und wirst fast schon hochgehoben. Die Begierde ist wie so ein Wind, wie so ein Strom. Aber es gibt eben das, was in uns ist. Die Begierden, die in uns sind, sie sind unter der Herrschaft der Sünde böse Begierden. Es sind Triebe, es sind Ströme, die uns in die falsche Richtung tragen. Und deswegen sagt Gott, dich auszuliefern, diesem Strom, dich hinzugeben, diesem Strom, diesem Strom zu folgen, das ist schon Sünde. Nicht erst, wenn du zur Tat schreitest. Wenn Gott sagt, du sollst nicht begehren, dann legt er den Finger in die Wunde. Es fängt nicht erst mit der Tat an, sondern es fängt mit deinem Wollen an. Adam und Eva, sie haben sich den Einflüsterungen des Teufels nicht, sie haben dem nicht Widerstand leisten können und sie haben, sie haben sich dieser Begierde, die wachgerufen wurde, ausgeliefert. Gott sagt es zu Kain in Kapitel 4, da geht es um den Mord. Du sollst nicht morden. Und er hat den Mord noch nicht begangen, aber der Mord war schon in seinem Herzen. Da steht in Vers 5, in Kapitel 4, Vers 5, auf Kain und seine Opfergabe blickt er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Guck mal, die Sünde hat Verlangen nach Kain. Sie ist wie eine Frau, die sich nach Liebe sehnt und die jetzt einen Mann sucht, mit dem sie eins werden kann. Sie lauert an der Tür. Du aber sollst über sie herrschen. Du sollst dich nicht beherrschen lassen von diesem Verlangen. Du sollst dich nicht beherrschen lassen von der Sünde. Wenn du recht tust, dann erhebt sich dein Haupt. Dann bist du stark. Aber wenn du nicht recht tust und das Nichtrecht tun fängt an im Herzen. Ob ich mich dieser Begierde ausliefer, dieser bösen, falschen Begierde und mich leiten lassen davon oder ob ich darüber herrsche, darüber regiere. Lass uns mal Jakobus aufschlagen. Jakobus 1. Vers 13. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht auch niemand. Das meine ich. Gott hat diesen Baum in den Garten gepflanzt, aber es war keine Versuchung. Gott wollte nicht Adam herausfordern und sagen, na mal sehen, ob der Junge das hinkriegt. Dem standzuhalten, diesem begehrenswerten Baum. Nein, der war nicht begehrenswert. Gott wollte nicht, dass Adam sündigt. Das sei ferne, sagt Jakobus hier. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Hier auch wieder ein sehr sexuelles Bild. Die Begierde zieht den Mann fort. Sie zieht ihn ins Bett. Sie lockt ihn mit all ihren Mitteln. Denn eine erfüllte Begierde ist ein wunderbares Gefühl. Der Mangel, den ich habe, der diesen Trieb in mir auslöst, der wird in dem Moment, wo ich dieser Begierde folge, wird er gestillt. Und dieses Stillen des Verlangens ist etwas Wunderbares, ein wunderbares Gefühl. Wenn du Hunger hast und dann was zu essen in deinen Mund steckst und das isst und das in deinen Magen reinkommt und du dieses Sättigungsgefühl hast, vielleicht auch noch verbunden mit dem Begehren nach einem leckeren Essen, nach einem leckeren Getränk. Du nimmst es zu dir und es entfaltet seinen Geschmack und auch das wird befriedigt. Erfülltes Begehren ist etwas Wunderbares. Und wisst ihr warum? Weil Gott das so geschaffen hat am Anfang. Es wirkt auch in der Sünde. Nicht immer, aber meistens. Auch in der Sünde ist es so, dass wir, wenn wir das falsche Begehren, wenn wir diesem falschen Begehren folgen, dem Begehren, was nicht auf Gott und auf die Dinge Gottes gerichtet ist und auf die Dinge, die Gott uns schenken will, wenn wir uns auf die anderen Dinge konzentrieren, uns von der Begierde dorthin ziehen und treiben lassen, dann empfangen wir das, was uns die Sünde darreicht und wir genießen es. Es ist schön. Aber es bringt die Sünde hervor. Die erfüllte Begierde, es wird ein Kind geboren, die Sünde kommt. Und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das heißt, auf eine Sünde folgt meist die nächste. Die Sünde, das erfüllte Begehren in der Sünde bringt uns keinen Zustand des Friedens. Es ist nur der Moment der Befriedigung, aber meistens ist es sogar so, dass die befriedigte Sünde noch mehr Begehren auslöst. So ist es auch ursprünglich von Gott gedacht. Wisst ihr, wir haben das früher gesungen, oft immer mehr von dir. immer mehr. Ja, das Begehren ist etwas, was immer wieder weiter, immer tiefer, immer mehr. Aber es wirkt auch im Bösen, Geschwister. Da, wo wir das Begehren stillen mit dem Falschen, mit dem Bösen, dann entsteht ein Sog von immer mehr von dem Bösen. Wir gehen zu Oh Mensch, ich weiß gar nicht, wo wir alles hier, was wir alles lesen können, sollen, dürfen, müssen. Wir lesen in Römer 13. Römer 13, Vers 8. Es ist eine der, also eine von mehreren Stellen im Neuen Testament, wo die zehn Worte zitiert werden. Jesus, es gibt eine Stelle, wo Jesus die zehn Worte zitiert, an mehrere Stellen. Es gibt eben auch bei Paulus die eine oder andere Stelle und hier ist so eine Stelle am Ende des Römerbriefes. Er kommt schon so ein bisschen zum Ende, es geht ihm um das, um die Nächstenliebe, um das Miteinander, als Christen untereinander. Das Miteinander, aber auch mit den Menschen um einen herum, nicht nur mit den Mitchristen, sondern mit allen Menschen. Und dann sagt er in Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Also, wenn du Schulden hast, seh zu, dass du die Schulden abgetragen kriegst. Wenn du ein Versprechen gemacht hast, dann seh zu, dass du es einhältst. Bleib niemand irgendwas schuldig. Wenn du eine Pflicht hast irgendwem gegenüber, dann erfülle diese Pflicht. Aber zu lieben sind wir immer schuldig. Da können wir nie sagen, diese Schuld habe ich jetzt abgetragen. Das meint er damit. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Wisst ihr, in den 10 Worten wird uns gesagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Frau, deines nächsten Knecht, Magd, Rind, Esel, noch was dein Nächster besitzt. Es richtet sich also alles auf das, was der Nachbar hat. Das Gras beim Nachbarn ist grüner als bei mir. Das Haus ist irgendwie besser im Schuss. Am liebsten würde ich tauschen mit ihm. Ich würde am liebsten in sein Haus ziehen und mein olles Gemäuer ihm überlassen mit meinem total schlimmen Rasen. Interessant ist hier in der Aufzählung, dass Paulus tatsächlich auch das Begehren mit aufzählt. Und er macht damit deutlich, die Liebe zum Nächsten, wodurch wird sie angegriffen, wodurch wird sie zerstört, wodurch wird die Liebe in Mitleidenschaft gezogen. Nicht nur durch Taten der Schädigung. Wir fragen immer danach, ja, das ist nicht gut, was den anderen schädigt. Paulus nimmt auch das Zehnte mit auf, das Begehren. Und das Begehren an sich, das schädigt doch noch niemanden. Das ist doch noch nicht so schlimm. Aber es ist auch ein Verstoß gegen das Liebesgebot. Du sollst deinen Nächsten lieben, ist auch eine Frage des Herzens. Ob ich von Neid erfüllt bin oder von Wohlmeinen, das wirkt sich aus, ohne dass ich meinem Nächsten begegne. Es wirkt sich in meinen Gebeten aus. Ob ich meinen Nachbar segne. Ob ich für ihn das Beste nur wünsche. Oder ob ich, wie gesagt, in meinem Herzen schon langsam anfange, Pläne zu schmieden, die dann am Ende zur Sünde führen. Deswegen ist auch das Begehren ein Verstoß gegen die Liebe. Jetzt geht es hier noch weiter. Er sagt in Vers 13 Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgeladen lagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Fleisches Lust, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Wisst ihr, Menschen bringen oft mit dem Wort Begierde nur sexuelle Lust in Verbindung. Begierde ist aber sehr, sehr vielfältig. Begierde kann genauso auch sein Habgier, ein Begehren nach Geld, nach Reichtum. Auch das ist Sünde und ist falsch. Das Begehren kann auch gerichtet sein auf das Eigentum meines Nächsten, wie gesagt, auf etwas, was mir nicht gehört. Und da kannst du alle Dinge mit einsetzen. Treib nicht Vorsorge für das Fleisch. Wenn Paulus vom Fleisch redet, dann meint er nicht zuallererst und vor allen Dingen Dingen unser sein als sexuelles Wesen in unserer Nacktheit. Wenn wir an Fleisch denken, in diesem Zusammenhang mit Begehren, dann denken wir an Pornos. das ist durchaus auch Teil des Ganzen. Weil es hier darum geht, dass Begierden wachgerufen werden. Sexuelle Begierden werden wachgerufen, die in dem Zusammenhang aber nichts zu suchen haben. Das sexuelle Begehren ist etwas, was Teil der Ehe ist. zwischen dem Mann und der Frau, die Gott zusammengefügt hat. Da hat Gott nämlich einem Mann eine Frau geschenkt, damit er dieses Begehren ausleben kann. Das Begehren nach seiner Frau und die Frau das Begehren nach ihrem Mann. Etwas Wunderschönes, was Wunderbares. Dieses sexuelle Begehren ist nicht böse. Aber böse sind die Wege des Satans, uns dahin zu verführen, dass es andere Wege gibt, Lust zu empfinden und Begehren zu stillen, als auf die Art und Weise, wie Gott es uns schenkt. Und wenn es hier heißt, treibt nicht Vorsorge fürs Fleisch, das Begierden wach werden, heißt das, dass wir darauf achten sollen, dass diese böse Begierde, dieser böse Trieb, dieser böse Wind in unserem Leben nicht angefacht wird. Durch etwas, wo wir sozusagen schon vorgebaut haben. Im Gegenteil, wir sollten alles daran setzen, dass diese Begierden nicht wach werden. Und es fängt an im Herzen. Es fängt an im Herzen mit einer Bekehrung zum Herrn, dass ich zuallererst und vor allen Dingen mich erretten lasse aus der Sklaverei der Sünde, wo ich nur Spielball der bösen Begierden bin, wo ich überhaupt keine Kraft habe, Widerstand zu leisten. Wie soll ich denn Widerstand leisten? Ich bin ausgeliefert. Du hast gut reden, Gott. Die Sünde lauert vor deiner Tür, du sollst aber über sie herrschen. Ich habe das nicht im Griff. Paulus sagt es so in Römer 7. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das böse, was ich nicht will. Ich elender Mensch, was soll ich nur machen. Danke sei Gott. Durch Jesus Christus unseren Herrn gibt es Erlösung. Er hat mich aus der Sklaverei der Sünde herausgerettet. Er ist gekommen. Er hat ein gerechtes Leben gelebt. Er hat meine Sünde auf sich genommen. Er hat die Macht der Sünde über mich am Kreuz zerbrochen und damit auch die Kraft der Begierde. Lass uns in Galater 5 zum Abschluss lesen. Vers 13 Ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Freiheit von der Herrschaft der Sünde. Freiheit davon, jeder Begierde, jeder bösen Begierde nachlaufen zu müssen. Diese Lüge des Satans, dass die Erfüllung der bösen Begierde, der Begierde, die sich auf die Dinge richtet, die Gott nicht für mich hat, sondern die mich in den Tod hineintreiben, in den Untergang, ins Verderben, in die Gottesferne. Ich muss dieser Lüge nicht mehr glauben, ich bin frei, mich an das Gute zu hängen, ich bin frei dazu, einen großen Trieb in mir zu haben, der mich zum Guten hintreibt, der mich zu Gott hintreibt, der mich hintreibt, zu all seinen guten Gaben, sie zu genießen, aus seiner Hand zu empfangen und sie zu genießen, das gute Essen aus seiner Hand anzunehmen und dankbar zu sein für das gute Essen, was er mir gegeben hat. Meine Lebensverhältnisse dankbar aus Gottes Hand zu empfangen, egal, ob ich reich bin, ob ich arm bin, ob ich alt oder jung bin, ob ich stark oder schwach bin, Mann oder Frau, in welcher Kultur auch immer ich geboren bin, dankbar zu sein für Gottes Liebe, Gottes Gnade. Ich bin frei, ein frohes, freies Leben zu führen, durch Jesus Christus. Zur Freiheit bin ich berufen, zur Freiheit seid ihr berufen, Geschwister. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Also das heißt, dass wir frei sind, das ist eine völlig falsche Definition von Freiheit. Wisst ihr, die Welt, die Menschen, die Gott nicht kennen, die Gottes Gedanken nicht kennen, die verstehen unter dem Begriff Freiheit folgendes, die Möglichkeit, alles tun zu können, was ich will. Aber wenn das, was ich will, böse und zerstörerisch ist, dann ist das doch keine Freiheit, wenn ich das tun kann, was ich Böses will. Die Freiheit, die Christus mir gebracht hat, ist die Freiheit, dass ich das wollen kann, was Gott will und durch seine Kraft, durch die Kraft seines Geistes auch tun kann, was er will, weil das gut ist, gut im Augen Gottes zur Verherrlichung seines Namens dient und am Ende aber auch gut für mich ist und für die ganze Welt. Das ist die Freiheit und die erfüllt sich in der Liebe, im Dienst der Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr beieinander beißt und frisst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Jetzt spricht Paulus hier von dem Sturm, der tobt, die Winde, die wehen. Da ist der alte Wind der fleischlichen Begierde, einer Begierde, die sich nicht damit zufrieden gibt, die nicht das Gute, was Gott uns gibt, empfängt und damit zufrieden und dankbar ist, sondern die ihre Erfüllung in anderen Dingen sucht. Anderen Göttern, anderen Frauen, anderen Dingen, im Materiellen, in allem Möglichen. Das ist der alte Wind, aber da gibt es einen neuen Wind. Der Heilige Geist ist eingezogen in dein Leben und er ist ein starker Trieb und jetzt ist es deine Entscheidung, sagt Paulus, welchem Wind du dich hingibst, von welchem Wind du dich treiben lässt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder auch Selbstbeherrschung. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und jetzt kommen wir zum Kreuz. Das Kreuz bedeutet, dass Jesus unsere Sünde getragen hat für uns. Er ist als Verbrecher hingerichtet worden. Und wir sind frei. Wir gehen frei aus. Aber am Kreuz ist noch mehr geschehen. Wie gesagt, die Herrschaft der Sünde über den Menschen ist gebrochen. Und jeder kann im Glauben sich das aneignen, indem er sagt, Herr, komm du in mein Leben. Herr, ich bin verloren ohne dich. Ich bin elend, ein elender Mensch, weil ich ein Spielball der Begierden bin. Ich möchte davon frei werden. Ich möchte stehen können, ich möchte gehen können, deinen Weg, deinen guten Weg. Ich kann es nicht. Herr, komm in mein Leben, rette mich, reinige mich von meiner Sünde und werde du Herr meines Lebens. Und das ist das. Es kommt der Heilige Geist in mein Leben, diese Kraft, dieser neue Wind, der mir die Kraft gibt, ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der mich neu macht, der diese Frucht in mir wachsen lässt, der mich Widerstand leisten lässt gegen alle alten Begierden. Ja, noch mehr. Paulus versucht uns vor Augen zu führen, hey, mal dir das vor Augen, am Kreuz von Golgatha hängt deine Sünde. Am Kreuz von Golgatha hängt dein Fleisch. Dieser alte Mensch, der nicht zufrieden war mit Gott, der nicht zufrieden war mit dem, was Gott gibt, der irgendwo anders gesucht hat und gemeint hat, gefunden zu haben. Es ist aber alles eine Lüge. Und deswegen, das ist die Wahrheit, mein Fleisch und auch all diese falschen Begierden, die mich getrieben haben, sie sollen gekreuzigt sein. Ich will in einem Akt, einem Willensakt selbst die Nägel durchschlagen und sagen, gekreuzigt seist du. So wie die Menge geschrieben hat, gekreuzige ihn, kreuzige ihn, bedeutet dieses Wort für mich, ich übergebe mein Fleisch samt den Begierden und Leidenschaften dem Kreuz, wenn ich Christ, meinem Herrn, meinem Christus, meinem König, mich anhänge. So wie er mich ausgetauscht hat, er ist an meine Stelle getreten, so sagt uns Paulus, müssen wir Christen, wenn wir uns wirklich, eine wahre Bekehrung besteht darin, dass ich mich austausche mit Christus im Geist. Nicht du, Jesus, nicht du, so hat es auch der Mann neben ihm gesagt, wir hängen hier zurecht, aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Er hing ja schon am Kreuz, wenn er unten gestanden hätte, hätte er gesagt, ich müsste da eigentlich hängen, du hängst da nicht zurecht, lass uns tauschen, Jesus. Wenn wir durch den Geist Leben haben, so lasst uns auch dem Geist folgen, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Wisst ihr, Gott ist so gut, er hat alles gut gemacht, er hat einen guten Plan für unser Leben, er hat Gutes mit uns vor und für uns vor. Er hat jede Menge Gutes in Petto. Wir können bei ihm alles finden, was wir brauchen und noch mehr, wir finden in ihm unsere wahre Erfüllung. Deswegen sagt Jesus, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das andere, da müsst ihr gar nicht so sehr danach trachten, obwohl das gar nicht böse ist, wenn wir nach Essen trachten, nach Kleidung trachten. Aber es kann uns so sehr einnehmen, diese Begierde nach den Dingen des Lebens, dass wir das Wesentliche eigentlich verlieren. Und dann wird aus der guten Begierde plötzlich böse Begierde, weil das, worum es eigentlich geht, nämlich Gott selbst in den Dingen, die er uns schenkt, davon überlagert wird, die dem Christus Jesus angehören. Er hat uns eingeladen, er hat uns errettet, er hat uns erlöst und er sagt, komm, lass uns dieses Mahl feiern. Wisst ihr, was er gesagt hat, als er mit den Jüngern Passamahl gefeiert hat? Mit Begehren habe ich danach begehrt, dieses Passamahl mit euch zu feiern. Er hat sich danach gesehnt. Der Ehemann nach seiner Braut, Er möchte dieses Mahl mit uns feiern und seine Liebe zu uns, mit uns gemeinsam feiern, auf den Tag hin, bis er kommt, weil sich da diese Liebe erfüllt. Lass uns also so das Abendmahl nehmen. Amen.